Herzlich willkommen zum Kurs des leuchtenden Wäscheklammerkügens. In den folgenden Einheiten bekommt ihr eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das hier zu basteln. Bevor ihr jedoch mit dem Basteln loslegt, gibt es noch eine kleine Theorieeinheit mit einem Quiz. Außerdem könnt ihr am Ende an einem kleinen Wettbewerb teilnehmen und tolle Preise gewinnen. Die Ausschreibung zu diesem Wettbewerb findet ihr sowohl in der letzten Einheit als auch hier direkt unter dem Video. Ich wünsche euch super viel Spaß dabei!